Es ist so früh, wieso bin ich wach? ...aktivieren, hyperventilieren und ich weiß sonst nicht. Tu du auch das alles, wenn du auch mal in einem Video dabei sein willst, Dicker. In diesem Spiel geht es darum, zwei Glücksräder zu drehen. Das eine Glücksrad sagt, was du gewonnen hast und das andere sagt, was du dafür tun musst. Es ist teilweise zu weit gegangen. Mütter haben geschrien, Eier sind iced out geworden. Viel Spaß, liked das Video, bevor ich ausraste. Vielen Dank. Vielen Dank.